Moin moin, die Season ist schon über zwei Wochen alt und ich habe jetzt den überraschendsten Bild gerade erlebt für mich, also wirklich die Sensation eigentlich in dieser Season. Vom Spielspaß und von der Stärke und vor allem, weil der ohne ein einziges mythisches Item funktioniert und fast gleich stark ist. Also das Mythische macht den jetzt gar nicht so viel besser, der ist auch ohne komplett krank. Und es handelt sich auch noch um einen Druiden und zwar im Englischen sagen wir Stormslide zudem, weil es ein Sturmbild ist, der aber gar nicht selbst den Sturmskill benutzt, also Gewittersturm, sondern den über Erdrutsch auslöst. Und deswegen, weil Erdrutsch im Englischen Landslide heißt, heißt der Stormslide und ich habe keine coole deutsche Bezeichnung für den, deswegen nennen wir den jetzt auch einfach so Stormslide. Ansonsten würden wir den irgendwie Sturmrutscher oder so nennen, das klingt aber nicht so cool. Ich möchte Ihnen jetzt einmal vorstellen ein Bild und ich fange an mit den wichtigsten Mechaniken. Erstmal, Erdrutsch löst Gewittersturm aus, das geht über Zorn der Natur, denn Erdfertigkeit hat eine Chance, eine Sturmfertigkeit derselben Kategorie zu wirken und das ist Gewittersturm und auch Tornado. Es werden also auch Tornados gewirkt, auch wenn ich das nicht geskillt habe, aber Gewittersturm skille ich natürlich, weil das den Schaden macht und Erdrutsch ist nur Mittel zum Zweck. Und ich werde mit dieser Variante mehr Blitze erzeugen, als wenn ich sogar selbst den Gewittersturm nutze. Ich habe ja vorher ein reinen Gewittersturmbild gespielt und der ist geil, aber einfach dann nicht gut genug gegen Bosse. Aber dieser Bild ist die Wucht gegen Bosse und gegen viele Monster. Also das ist Mechanik Nummer 1. Und dann gibt es noch eine zweite Mechanik, die ganz wichtig ist für den Bild und zwar nutze ich halt immer Zyklonrüstung. Weil Zyklonrüstung dann auch immer das irgende Bollwerk auslöst und Zyklonrüstung kann ich aber dauerhaft nutzen, weil immer wieder die Abklingzeit reduziert wird durch den symbiotischen Aspekt. Und jetzt zeige ich das in Aktion. Aber letzte Sache noch, weil die Frage eh sofort gekommen wäre, warum habe ich eigentlich endlos viel Geisteskraft? Das ist die Mechanik zwischen Kataklysmus und dem neuen Unique Mjölnischen Ring. Das gibt nämlich unendlich Geisteskraft, solange ich Kataklysmus benutze. Das sind also die Mechaniken, die Kernmechaniken. Es gibt noch mehr, aber ich fange jetzt erstmal an, euch einfach das zu zeigen, wie das aussieht. Ich knalle also hier immer wieder Erdrutsch raus. Und jetzt schaut mal auf den Cooldown von der Zyklonrüstung. Die 12 Sekunden gehen immer wieder zurück auf 0 und das heißt, ich kann die immer wieder nutzen und dadurch wird immer wieder irgendeines Bollwerk ausgelöst. Und deswegen habe ich auch eine Barriere die ganze Zeit und so. Ich bin auch gestählt. Und der Ulti, den kann ich übrigens dauerhaft nutzen. Also der Ulti ist immer wieder, siehst du, der ist jetzt schon wieder bereit, obwohl der eigentlich gerade erst genutzt wurde. Ich kann also dauerhaft Ulti nutzen, aber hier schon mal Warnung. Und das geht natürlich nur dann, wenn die Gegner auch eine Weile leben oder wenn genug Gegner da sind. Also gegen Bosse funktioniert es super. Gegen die Arena funktioniert es super. In der Grube auch. Aber wenn ich jetzt durch einen Albtraum-Dungeon laufe, wo die Monster nach einem Hauch alle schon tot sind, dann kann ich nicht die ganze Zeit Ulti nutzen. Weil ich einen Glückstreffer brauche, damit der sich resetet, der Ulti. Das kommt vom Geistersegen. Ruhe vor dem Sturm. Das ist ein Glückstreffer. Und ich muss ganz schön viel meiner Zauber nutzen, damit auch dieser Glückstreffer mal triggert. Und deswegen wird das, wenn die Monster nicht schnell genug tot sind, wenn die zu schnell tot sind oder wenn es zu wenig Monster gibt, nicht möglich sein, den durchgängig zu nutzen. Also das ist hier eine Variante, die dann eben gerade für die hohe Arena gedacht ist und für Bosse. Wenn ihr dann aber irgendwie noch beim Leveln seid, dann müsst ihr dann immer mal die Basisattacke nutzen. Oder ihr müsst zum Beispiel hier, das habe ich auch in der Guide auf Vitablo.de geschrieben, ihr müsst dann auf angeborenes Blutgeheul umsteigen, statt bewahrendes Blutgeheul, weil das dann nochmal Geisteskraft gibt. Und dann sollte man vielleicht auch mit T-Bowls spielen und nicht mit Verwegenheit. Und das steht auch in der Guide. Also steht da alles drin. Die letzte wichtige Mechanik bei dem Bild ist das Gestaltwandeln. Ich spiele mit Vasilis Gebet, dadurch wird Erdrutsch eine Wehrbärfertigkeit. Und deswegen kann ich permanent von diesen ganzen Boni profitieren, die ich bekomme durch Gestaltwandeln. Denn zum Beispiel die Schuhe geben 52% mehr Schaden, wenn ich die Wildherzenstapel aufrechterhalten kann. Und das passiert, wenn ich immer wieder mich hin und her wandle. Also einmal Bär, dann fängt das an hoch zu zählen. Und solange ich mich irgendwie immer mal verwandle, zählt das weiter hoch. Und wenn ich einfach zwischendurch immer wieder Zyklonrüstung nutze, da bin ich ja ein Mensch und dann wieder ein Bär, zählt das auch als Gestaltwandel. Deswegen zählt das immer weiter hoch. Und am Ende sind hier 20 Stapel. Und dann habe ich quasi 52% mehr Schaden. Und diese 8 hier gibt mir auch mehr Schaden. Und dann gibt es sogar noch mehr Boni. Zum Beispiel das hier. Ganz, ganz viel Schadensreduktion. 36% Schadensreduktion. Alles hängt ein bisschen mit Gestaltwandel zusammen. Deswegen Vasilis Gebet. So, das sind jetzt erstmal wirklich die Kernmechaniken. Aber es kommt natürlich noch mehr dazu. Also wirklich viel. Aber das zeige ich dann an dem Punkt, wenn ich gleich die Items und so weiter zeige. Jetzt zeige ich aber erstmal Gameplay. Und wir fangen an mit einem Bossfight. Und zwar Uberlillit. Und auch hier muss ich ja eigentlich meinen Schaden erstmal ein bisschen aufbauen. Also der Schaden, der jetzt hier am Anfang kommt, ist auch überhaupt nicht mein finaler Schaden. Weil ja unten, ihr seht ja gerade diese Zahl, die 8, die läuft jetzt auch erst hoch. Also in einer Arena und so gegen die Arena-Bosse würde dann der Schaden sich noch weiter hoch skalieren. Je länger der Kampf geht. Und das ist jetzt hier bei Uberlillit gar nicht der Fall. Die ist einfach also zu schnell tot eigentlich, um den vollen Schaden auszuschöpfen. Also totales Luxusproblem. Jetzt zum Beispiel, gerade habe ich die 20. Jetzt habe ich die 20 da stehen. Aber jetzt ist er wieder weg, der Buff, weil ich doof war und mich wieder verwandelt habe. Deswegen geht jetzt auch die zweite Phase ohne den Buff wieder los. Aber ich glaube, der Schaden reicht aus. Seht ihr das? Zwei Sekunden hat es gedauert. Also das ist absoluter Wahnsinn, dieser Schaden. So, jetzt lasse ich mich dort töten, glaube ich, von den Bläschen. Und jetzt zeige ich nochmal die Arena. Und ich muss das nochmal betonen, ohne mythische Items. Komplett ohne mythische. Das ist trotzdem nicht leicht, diesen Build zu bauen, weil eben sehr viele Uniques da vorkommen. Aber die bekommt man viel leichter als mythische. Man macht halt ein paar Boss-Rotas. Und klar, vielleicht dauert es bei dem einen oder anderen Unique mal ein bisschen länger. Aber eigentlich findet man sie alle. Ohne Probleme, weil es eben keine mythischen Uniques sind. Hier ist jetzt eine Arena und da sehen wir, da dort genug Gegner sind. Und die auch ein kleines bisschen mal überleben, habe ich mein Ulti immer und immer wieder bereit. Aber ich würde sagen, auch vom Tempo her, wenn man sich die Elite-Gegner hier anschaut, ist der Schaden vollkommen fein. Denn die einzige Schwachstelle, die ich bisher gemerkt habe, ist die, dass wenn jetzt bei mir wirklich, wenn ich die krasseste Arena habe mit den Höllenblüter-Mods, dann kommen manchmal 10 Höllenblüter von allen Seiten. Und in diesem Fall dauert es mal ein kleines bisschen. Also der Flächenschaden ist jetzt nicht so krank wie bei Blitzsperr oder so. Und gerade wenn die in alle Seiten verteilt sind, dann dauert es mal ein bisschen. Aber ganz ehrlich, das dauert trotzdem nicht lang. Es geht immer noch extrem schnell. Für die 8. Arena würde ich dann trotzdem Tyrael's anziehen, aber es geht auch ohne. Die 7. Arena ist aber trotzdem so der Bereich, wo der Bild hier glänzt. Und dann schauen wir uns nochmal einen Bossfight an. Da sitzt hier nochmal kurz ein Clip aus dem Stream gestern. Und dort ist es nämlich jetzt so bei den Bossen, das ist ganz wichtig, in Distanz macht ihr mehr Schaden. Durch den passiven Skilltree, Reichweite der Natur und weil ihr 300% Schaden gegen Entfernte habt. Das heißt, ich bin jetzt hier in Nahkampfreichweite, aber in dem Moment, wo der taumelt, kann er sich nicht mehr bewegen. Und dann springe ich weg und ballere alles drauf. Ihr seht, der Maffa, der Schreckliche, der ganz links oben, ist also fast gestorben direkt in einem Taumeln. Und so soll es sein. Und dann, wenn die aber wieder an euch dranhängen, dann könnt ihr natürlich nicht weg. Dann müsst ihr ihn so zu Ende bringen. Aber einfach merken, wenn die taumeln, dann kurz einmal in drinnen und dann richtig draufballern auf denjenigen, der taumelt. Und wenn die nebeneinander stehen, dann geht es natürlich noch schneller, weil dann mehr Blitze treffen. Und die laufen gleich nochmal kurz nebeneinander. Und dann könnt ihr sehen, obwohl die dann nicht taumeln, wie viel Schaden die gleich bekommen. Und zwar jetzt. Und die tun mir sogar den Gefallen und sind in Distanz und nebeneinander. Deswegen ballere ich jetzt hier richtig fetten Schaden raus. Also der Bild ist sehr, sehr gut gegen Bosse. Jetzt geht es erstmal rein in die... Ich glaube, ich fange mit den Items an. Das ist am wichtigsten, glaube ich, um hier alles zu verstehen. Also Vasilis Gebet, damit ich eben Erdrutsch zu einer Erdfertigkeit machen kann. Außerdem gibt es Leben, Rüstung und Abwehrhaltung. Ich bin beim Rüstungslimit. Habe aber auch ein legendäres Item noch an. Aber da sehe ich gerade... Doch, ich habe einmal Rüstung drauf. Genau. Also ein legendäres Item bräuchert ihr noch mit Rüstung. Damit ihr auf die Max-Resis kommt, wenn ihr ohne mythisches Unique spielt. Oder ihr habt hier vielleicht ein greater Affix auf Rüstung und trefft das. Dann geht es vermutlich auch ohne das auf der Rüstung drauf zu haben. Abwehrhaltung ist auch gut, weil das Schadensreduktionen gibt. Dann geht es weiter mit der legendären Rüstung. Und dort haben wir den symbiotischen Aspekt drauf. Und das ist der, der immer wieder die Zyklon-Rüstung senken lässt vom Cooldown. Also wenn ihr einfach nur Erdrutsch benutzt die ganze Zeit, dann wird der Cooldown von Zyklon-Rüstung abnehmen. Und dann könnt ihr dadurch immer wieder das irgende Bollwerk auslösen. Und müsst das irgende Bollwerk gar nicht mehr selbst nutzen, sondern nur noch in Notfällen. Also wenn ihr doch mal vom Butcher oder so einer reinkriegt, dann könnt ihr in dem Moment dann manuell nochmal das Bollwerk nutzen. Ansonsten wird das durch die Zyklon-Rüstung ausgelöst. Und auf der Rüstung braucht ihr Willenskraft und Leben. Und ich habe jetzt hier noch einen Widerstand drauf, damit ich alle Widerstände auf Max bekomme, da ich ja nicht mit Tyrael's spiele. Deswegen habe ich dann hier einen Blitzwiderstand drauf. Ist aber auch egal welcher, solange es nicht Kälte ist, weil Kälte sowieso gemaxt ist. Also ein beliebiger Widerstand außer Kälte. Ich habe hier noch Barriereerzeugung drauf, weil ich komme ja gleich zu ganz viel Barriere erzeuge und da ist das nützlich. Und Rüstung fürs Limit. Und dann wickelt es unbesungenen Asketen die neuen Handschuhe aus Season 3 oder 4, ich glaube sogar 3. Und die ermöglichen ist, dass Gewittersturm zweimal einschlägt bei einem kritischen Treffer. Und wie viel Crit Chance habe ich? Ich habe 80,7 und da kommen nochmal 18% drauf. Das heißt, ich bin bei 98,7%. Und ich habe übrigens hier auch wieder absichtlich relativ viele Items noch auf Stufe 8 von 12. Wir zählen mal kurz. Die Rüstung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Items habe ich noch auf 8 von 12. Also der Bild ist noch lange nicht am Maximum. Ich habe ein paar Items jetzt schon auf 12 von 12 gepusht, aber 6 Items sind noch auf 8 von 12. Und trotzdem geht der schon so ab. Die Handschuhe also sehr wichtig. Ja, die machen Bonusschaden, die zweiten Treffer. Und der zweite Treffer an sich macht ja eh dann schon mehr Schaden. Das ist also richtig krass. Und die können Ränge für Gewittersturm haben. Das solltet ihr auch treffen bei dem Vollenden. Ränge für Trotz könnt ihr auch treffen. Oder wenn eure Crit-Chance noch nicht hoch genug ist, dann auch die Crit-Chance. Verwegenheit spiele ich. Und das ist jetzt für mich die Variante, wie ich unsterblich werde in der Höllenhorde 7. Wenn ihr gegen Bosse kämpft und nur euren Schaden maximieren wollt, dann T-Bowls Wille. Gibt 20% mehr Schaden. Aber wenn es euch noch wichtig ist, dass ihr wirklich immer überlebt, dann ist Verwegenheit die beste Variante. Und zwar baut ihr ja wieder eine Barriere auf, wenn ihr euch heilt. Und da wird es jetzt ganz wichtig, auf der Waffe ist Leben beim Treffen eines Gegners. Und das sind quasi alle Schadenszahlen, die ihr so seht. Und das sind eine Menge. Schaut euch das mal an. Das sind alles Treffer. Ihr baut so viel Barriere dadurch auf, dass das halt euch wirklich relativ unsterblich dann macht. Und das aber in Kombination mit der Zyklonrüstung, die dann das Bollwerk immer wieder auslöst, ist halt dann wirklich komplette Unsterblichkeit. Und außerdem nutzt ihr ständig Blutgeheul und das heilt euch auch und dadurch gibt euch das jetzt auch eine Barriere. Also wenn die Barriere gleich weg ist, mache ich einmal Blutgeheul, zack und es gibt mir eine Barriere. Und das ist halt, die Kombination aus all dem macht mich dann wirklich unsterblich. Außerdem gibt Verwegenheit nochmal Max Life in Prozent. Sie erhöht die Heilung und sie gibt mir Schadensreduktion im gesunden Zustand. Und ich bin immer gesund, weil ich ja Barriere habe. Wildherzen Hunger. Die Schuhe, das ist jetzt auch nicht Pflicht, das ist optional so. Aber die Dinger erhöhen halt euren Schaden nochmal unglaublich, weil das Schuhe sind, die aber Attack Speed geben für Gestaltwandeln. Aber das ist ja alles hier Gestaltwandeln. Also ich brauche vor allem Attack Speed für Erdrutsch, weil Erdrutsch Gewittersturm auslöst. Und da steht Gestaltwandeln. Also das ist irgendwie im Deutschen alles komisch, aber damit sind einfach alle Fertigkeiten gemeint, die diesen Tag haben. Gestaltwandeln. Und die sind dann schneller. Und das ist also unglaublich krass. Und ich habe hier tatsächlich sehr viel Glück gehabt. Ich habe nämlich einen Greater Affix auf Angriffsgeschwindigkeit. Und ich habe es auch zweimal getroffen. Also da hatte ich sehr viel Glück. Und der Roll da unten wäre natürlich auch optimal, wenn der dann eine 3 ist statt eine 2,6. Die machen auf jeden Fall einfach euren Schaden hoch. Die geben Schaden ohne Ende. Und ein Widerstand ist auch drauf. Kälte. Das ist also auch nicht unnütz, weil ich alle Widerstände maximieren will. Und dann geht es weiter zur Waffe. Dort haben wir einen Dolch, weil Dolch die höchste Angriffsgeschwindigkeit hat. Schwert hat nur 1,1. Hammer auch. Axt glaube auch. Und Dolch hat 1,2. Und mehr Tag Speed finde ich für den Bild besser. Damit einfach mehr Sachen ausgelöst werden. Mehr Glückstreffer und so. Damit der Ulti öfter bereit ist. Vom DPS ist es nicht so wichtig, ob ihr jetzt Dolch oder Schwert nehmt. Aber gerade der Ulti ist ein Faktor. Ihr wollt so viele Glückstreffer wie möglich einfach haben. Wie gerade erwähnt, Leben beim Treffer eines Gegners ganz wichtig hier. Ist aber auch sehr leicht, die Eigenschaft zu bekommen. Schaden gegen Kontrollverlust ist wichtig. Das habe ich auf 2 Items. Auf Dolch und Amulett. Für den Paragonbaum. Da gibt es einen Knoten, der dadurch verbessert wird. Den zeige ich nachher beim Paragonbaum nochmal. Und Chance auf Erdrutschprojektil ist natürlich auch sehr wichtig. Aspekt ist der Rachsucht. Der gibt mir Bonusschaden basierend auf der Menge meiner Stehlungen. Und im Kampf, ich kann es ja mal kurz zeigen, wie schnell das geht. Zack, Stehlung ist voll. Wie lange? Eine Sekunde war das. Geht also super schnell. Totem, ganz wichtig, Abklingzeitreduktion. Und ich weiß, es ist schwer. Und deswegen habe ich nicht mal ein Totem mit Greater Affix. Also ich habe wirklich eins ohne Greater Affix genommen. Hauptsache, 8% Abklingzeitreduktion ist drauf, damit der Ulti öfter einsatzbereit ist. Ist nicht mehr so wichtig in der Arena und bei Bossen später, weil ihr an einem gewissen Punkt in einer hohen Arena, da klappt das trotzdem mit dem Ulti. Aber aus meiner Sicht ist das schon sehr angenehm, einfach hier einen hohen Wert mit Abklingzeit zu erreichen. Und dann wieder Erdrutschprojektile. Kritschance nochmal drauf. Und hier ist Schaden gegen entfernte Gegner. Das ist auch wichtig. Ich brauche das, hier ist es immer drauf auf den Unique Handschuhen. Und einmal brauche ich das noch auf einem anderen Item. Auch für einen Paragon Knoten. Also ihr braucht zweimal Kontrollverlust und einmal entfernt. Deswegen mache ich glaube auch deutlich mehr Schaden, wenn ich nicht neben dem Boss im Nahkampf stehe, sondern wenn ich ein bisschen weiter weg stehe. Weil das alleine 300% additiven Schaden ausmache. Und das ist nicht wenig. Das ist ziemlich viel. Das spürt man. Also ich sollte auf jeden Fall dann das nächste Mal nicht in Nahkampfreichweite stehen. Dann der Erdbrecher. Die Mechanik ist so, dass das ja hier weitere Erdrutschsäulen auslöst. Und genau, man kann dann hier diese tektonischen Stacheln und so weiter hervorrufen. Und die haben aber auch eine Chance, die Passive zu triggern. Deswegen ist der Ring so gut. Also Zorn der Natur wird auch ausgelöst von diesen komischen tektonischen Stacheln hier. Das ist also ziemlich krass. Mal gucken, ob das so bleibt. Und hier sind die Ränge für Erdrutschsäulen und hier sind die Ränge für Erdrutschsäulen und hier sind die Ränge für Erdrutschsäulen und da geht es nicht um den Schaden, aber es geht einfach um die Projektile, damit ihr mehr Gewittersturm auslöst. Deswegen sind die Projektile wichtig. Da wollt ihr am Ende auf 100% kommen. Bin ich nicht mal. Ich bin bei 90, noch was. 92 oder so habe ich. Also ich glaube sogar einen Tick mehr. Ich glaube ich bin bei 93 ungefähr. Reicht dann aber auch. Aber natürlich wollt ihr hier so gut wie möglich an die 100 rankommen. Attack Speed ist wieder sau wichtig. Und die Crit Chance ist eben wichtig zu einem gewissen Punkt, damit ihr an die 100% rankommt. Und ich hatte hier Glück, ich habe hier einen Greater Affix auf Crit Chance. Dann der Mjöllnische Ring, der ist ja ganz wichtig. Einmal mit Endloser Sturm. Gibt der nämlich eine weitere Dauer auf Kataklysmus. Aber wenn ihr so ein Schweineglück habt wie ich und das ist krass, weil das war mein erster Versuch. Der Ring ist mir gestern am Ende des Streams getroppt. Das Gameplay, was ich gerade gezeigt habe, war sogar mit einem schlechteren Ring. Mit dem hier. Aber der ist mir am Ende des Streams beim Flüsterbaum getroppt. Und dann habe ich den einfach mal beim Masterworking direkt im allerersten Versuch dreimal auf Endloser Sturm getroffen. Direkt im ersten Versuch. Da hatte ich ein bisschen Glück. Und wenn ihr auch so ein Glück habt und wenn ihr merkt, ja okay, ihr habt genug Ulti, dann könnt ihr diese vier Punkte hier, die sind bei mir in der Guide auf der Website geskillt. Aber ich habe auch einen Hinweis dazu geschrieben. Dann wären hier nämlich neun Punkte drin. Aber das könnt ihr dann rausnehmen und in wilde Impulse einfach reinpacken. Da gibt es nochmal 15% mehr Schaden. Und ich habe am Anfang gedacht, das geht ja gar nicht, weil ich ja gar nicht selbst Gewitterstrom aktiv nutze. Aber das geht trotzdem, weil der Schaden, der wird hier direkt drauf gerechnet. Die Geisteskraftkosten werden steigen und der Schaden steigt aber auch direkt hier. Zack. Jetzt sind wir bei 49, gerade waren wir bei 43. Das heißt also auch die Blitze, die dann ausgelöst werden von Erdrutsch, die richten sich nach dem Schaden, der hier steht. Und die sind dann also auch besser, obwohl ihr gar nicht selbst aktiv den Gewittersturm nutzt. Und deswegen sind wilde Impulse also sehr gut. Und deswegen habe ich dann jetzt gerade an meinem Punkt, wo ich bin, die vier Punkte hier verschoben. Das könnte bei euch aber auch klappen, selbst wenn ihr den Endlosensturm nicht dreimal trefft. Selbst wenn ihr da nur plus vier habt, könnte das sein, dass das in der Arena auch ausreicht. Weil der Ulti, den habt ihr dann wirklich sehr leicht immer wieder einsatzbereit. Aber vor allem, wenn ihr zum Beispiel auch ein Amulett habt mit Abklingzeitreduktion, so wie ich. Und das habe ich auch drauf gehärtet, Abklingzeitreduktion für Kataklysmus. Ich habe hier also doppelt Abklingzeitreduktion und dadurch ist bei mir die Abklingzeit nur 34. Ist also schon wichtig, dass die schön tief ist, die Abklingzeit. Und dann habe ich jetzt eben den Luxus und kann die Punkte rausnehmen aus dem Endlosensturm und meinen Schaden dadurch erhöhen. Natürlich, wenn ich jetzt hier keine Abklingzeitreduktion hätte, sondern einen anderen Bonus-Skill, der mir auch Schaden gibt. Ich kann ja auch hier plus vier Wildimpulse haben. Dann habe ich zwar nicht mehr so viel Abklingzeitreduktion, aber dann kann ich auch die Punkte wieder in einen Endlosensturm reinpacken. Kommt am Ende auf dasselbe hinaus. Also da könnt ihr ein bisschen variabel sein. Ich habe hier nochmal Kritchungs drauf und Ränge für Trotz. Aber hier gibt es wieder tausend Optionen. Schnellwandlung, Vergiften, gibt es wirklich viele Optionen. Geistersegen habe ich Schadensreduktion, aktuell noch Max-Life. Wenn ihr merkt, ihr seid wirklich unsterblich, könnt ihr hier noch Attack-Speed nehmen statt Max-Life. Habe ich auch in der Guide geschrieben und Krit-Schaden, multiplikativ 30% super wichtig. Krit-Chance habt ihr genug. Dann hier Dauer für ultimative Fertigkeiten und hier die Chance, dass der Ulti reduziert wird. Das hatte ich vorhin schon gezeigt. Und zuletzt Fertigkeitsbaum und Paragon. Windschere nutze ich nie. Die ist einfach drin, weil es nichts anderes gibt. Für euch, wenn ihr vielleicht noch nicht das Gear soweit habt, dann werdet ihr in den Phasen, wo der Ulti nicht ready ist, vielleicht ein paar Mal Windschere nutzen. Ansonsten braucht ihr die nie. Gewittersturm Maxen mit Plus-1-Blitzeinschlag. Wildimpulse bei mir jetzt. Wie gesagt, in der Guide ist das nicht geskillt. Da steht aber ein Hinweis. Erdrutsch mit dem hier, dass es Bewegungsunfähigkeit auslöst. Dadurch bekommt ihr an anderen Stellen Schadensbonus. Bollwerk mit Unerfallsamkeit. Ein Punkt in der Zyklon-Rüstung. Ist trotzdem super, weil die Passiv auch den Schaden reduziert, den nicht physischen. Die Kraft der Ahnen muss ich nicht mehr maxen. Ich habe genug Widerstände. Aber hier 21% Schadensreduktion. Dann Blutgeheul mit Detect-Speed. Wenn ihr wieder nicht den Perma-Ulti habt, dann braucht ihr hier vermutlich das angeborene Blutgeheul. Schaden gegen entfernte Gegner. Dann haben wir hier Bonusleben, Bonusschaden. Und die Blitze zählen auch als Erdfertigkeit. Weil von der Natur die ausgelösten Fertigkeiten, da steht es unten, die zählen sowohl als Erd als auch Sturm. Also die Blitze sind beides. Ihr könnt also hiervon profitieren vom Bonusschaden. Ihr könnt dann hiervon der Stählung profitieren. Und das ist auch der Beweis, dass es klappt. Also ich bekomme so viel Stählung. Wobei das auch durch Erdrutsch kommt. Aber das kommt eben auch durch die Blitze. Deswegen habe ich innerhalb von einer Sekunde die Stählung voll. Und hier auch nochmal Bonusschaden für Erdfertigkeiten, wenn ich eben gestählt bin. Vergiften. Bonusschaden gegen vergiftete Gegner. Aber nicht mehr toxische Klauen, weil ich ja kein Wolf bin. Das Gift löse ich durch einen Paragon-Baum aus. Und gerade gegen Bosse funktioniert das dann sehr gut. Dann Trotz und Naturkatastrophe. Und hier steht nämlich auch nochmal, Erdfertigkeiten fügen verwundbaren Gegnern mehr Schaden zu. Und die sind eh alle verwundbar. Und die Blitze zählen ja auch als Erde. Also brauche ich hier den zweiten Satz unten nicht. Aber das hier macht eben doppelten Schaden gegen Bewegungsunfähige. Und deswegen hier die Bewegungsunfähigkeit vom verbesserten Erdrutsch. Und hier haben wir nochmal die Gestaltwandel-Boni. Also Schaden, Schadensreduktion und Bewegungstempo. Immer schön die Gestalt wandeln. Denn Kataklysmus macht alle Gegner verwundbar. Das ist also sehr schön. Deswegen dauerhaft Kataklysmus. Die Dauer wird erhöht. Ja. Und es löst halt auch ein paar Blitze aus. Abwehrhaltung kommt von dem Vasilis Gebet. Gibt mir Schadensreduktion, wenn ich gestillt bin. Und dann eben hier Sonne der Natur. Und zuletzt der Paragon-Baum. Wo geht's los? Hier. Wir haben Entladenglyfe. Mehr Blitzschaden. Ich brauche hier. Also hier musste ich wirklich mit Punkten sparen. Deswegen habe ich auch hier dann das nicht mehr geskillt. Ich hatte am Anfang die Punkte hier versetzt. Und musste dann aber noch irgendwie zwei Punkte bekommen. Und dann habe ich auch diese Variante hier gewählt. Mit der Geschicklichkeit. Und das weggelassen. Also ist hier die Entladenglyfe drin. Im zweiten Brett vom Blitz getroffen. Und da brauchen wir den Schaden gegen entfernte Gegner. Damit ich hier auf die 60% komme. Wenn ich das Item weglasse mit Schaden gegen entfernte Gegner. Bin ich hier nicht mehr bei den 60%. Und Glyfe. Werbeer. Schadensreduktion. Es geht erst nach rechts weiter. Die kommt später. Dann heißt die Tafel hier einengende Ranken. Und dort bekomme ich den Giftschaden. Gegen Bosse vor allem triggert das. Gegen normale Monster triggert das jetzt nicht so oft. Weil es ja ein Glückstreffer ist. Muss ja auch erstmal ausgelöst werden. Aber gegen Elite-Monster, die ein bisschen was aushalten. Triggert das auf jeden Fall. Hier haben wir die Erd- und Himmel-Glyfe. Die dann hier massiv Leben gibt. Also 5% pro kleinen Knoten gibt. Das ist ja das Wahnsinn. Hier auch nochmal Leben, Leben, Leben. Also ich bin sehr defensiv gegangen. Ich habe überall das Leben mitgenommen, was möglich ist. Dann geht es hier nach unten weiter. Irgendeine Verheerung. Mit der Glyfe-Hüter. Die auch nochmal den Schaden erhöht. Den nicht physischen. Dann geht es zu Überlebensinstinkte weiter. Oder apropos, stopp nochmal hier. Der Irgende-Verheerungsknoten. Das ist der, für den ich den Schaden gegen Gegner mit Kontrollverlust brauche. Und auch hier haben wir die 60. Wenn ich jetzt den zum Beispiel wegnehme, sind wir nur noch bei 56. Ich habe es auf zwei Items. Und ich brauche trotzdem noch den Knoten, weil das bei mir nicht so gut gerollt ist. Wenn das bei euch besser rollt, dann bräuchtet ihr den zum Beispiel später nicht mehr. Aber der Knoten gibt ja trotzdem massig Schaden. Also kann man den schon mitnehmen. Und das erhöht dann nochmal euren Crit-Schaden. Multiplikativ um 60%. Dann das Brett-Überlebensinstinkt erhöht auch nochmal den Schaden. Hier nochmal massig Schadensreduktion, wenn ihr gestillt seid. Und die Glyfe heißt Geist. Für mehr Crit-Schaden. Und das hier nehme ich nicht mit, weil ich jeden einzelnen Punkt brauche. Und ich bin sowieso am Rüstungslimit schon. Die 10 Willenskraft sind nochmal ein bisschen Schaden. Aber es gibt wirklich, es gibt keine Punkte. Denn diese 2% Lebensknoten, die sind wichtiger. Danach kommt aber erstmal die Tafel. Die gibt nochmal 8% Leben und nochmal 2x2. Und da brauche ich halt relativ viel Willenskraft. Deswegen kann die aber am Ende kommen, weil man genug Willenskraft hat. Und hier kommt dann auch nochmal die gestärkte Bosheit am Ende. Da mache ich Bonusschaden, wenn 3 vergiftete Gegner in der Nähe sind. Und da zählt in der Nähe der ganze Bildschirm. Im Deutschen gibt es ja nur in der Nähe. Im Englischen gibt es Close und Nearby. Und hier steht Nearby. Und das ist dann wirklich der ganze Bildschirm gemeint. Und nochmal ganz viel Leben. Ich sehe gerade auch hier, wäre es nochmal ein bisschen Giftresi. Aber das würde nicht reichen für Max Giftresi. Deswegen Rubin, Amethyst, Smaragd bei mir. Und die Blitzresi auf der Rüstung. Wenn ihr jetzt Giftresi auf der Rüstung habt, dann kommt noch ein Topaz statt Smaragd rein. Am Ende sind auf jeden Fall die Resis gemaxed. Und alternativ könnt ihr dann T-Balls theoretisch anziehen. Dann seid ihr nicht mehr ganz so tanky, macht aber mehr Schaden. Geht also auch wunderbar. Oder Tyrael's. Aber dann müsst ihr die Unique Hose austauschen, weil ihr einfach diesen symbiotischen Aspekt braucht. Und dann müsst ihr wieder auf eine legendäre Hose umsteigen. Und deswegen bringt das jetzt auch nicht so viel mehr. Theoretisch könntet ihr auch T-Balls und Tyrael's nutzen. Aber das bringt eben nichts. Weil ohne den symbiotischen habt ihr nicht immer wieder Zyklonrüstung. Und dadurch habt ihr nicht immer Bollberg. Und dann seid ihr nicht wirklich unaufhaltsam. Und dann bringt die T-Balls auch nicht so viel. Also es ist nicht so gut mit Tyrael's und T-Balls zu spielen. Aber ich finde T-Balls, Tyrael's finde ich deutlich besser für die Schadensreduktion als einen Verhängnisbringer. Denn dort verliert man diesen 40% Aspekt. Und das ist halt nicht so toll. Was ich noch vergessen habe gerade zu zeigen, fällt mir auf. Ich habe noch nicht die Aspekte erwähnt. Vom Amulett und vom Totem. Das Amulett hat den Aspekt, dass Sturmfertigkeiten mehr Crit-Schaden machen. Den Crit-Schaden von Erdfertigkeiten erhöhen. Und Erdfertigkeiten erhöhen den Crit-Chance von Sturm. Und das Geile ist, beide Effekte sind aktiv, weil die Blitze Kategorie Erde und Sturm sind, die von Zorn der Natur ausgelöst werden. Das heißt, ich bekomme sowohl 18% mehr Crit-Chance als auch 67,5% mehr Crit-Schaden multiplikativ. Das ist der beste Aspekt überhaupt für den Bild. Und hier haben wir noch den Aspekt, dass die Erdrutschsäulen zweimal treffen. Das ist natürlich super wichtig, weil das mehr Blitze generiert. So, da sind wir durch. Und für mich, dieser Bild vom Spielspaß, wirklich eine absolute Granate. Keine mythischen von der Spielstärke, aber auch absolute Granate. Also Wahnsinn, macht wirklich Bock. Leider gibt es nicht viele gute Druiden-Bilds, aber immerhin haben wir zumindest hier den. Und ich wünsche mir, dass es in Zukunft vielleicht dann doch nochmal ein paar mehr geile Druiden-Bilds gibt. Aber viele, wie Pulverisieren, da fehlt dann einfach der Schaden. Also die Klasse muss trotzdem noch gebufft werden, dass wir mehr gute Builds bekommen. Und nicht nur zwei oder so. Weil alles basiert auf Erdrutsch dieses Season. Und da müsste es noch ein bisschen mehr Abwechslung geben. Okay, ich beende das Video. Haut rein, guide es auf der Website. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.